In diesem Video geht es um Voidpointer und das ist eine Erweiterung zu einem vorherigen Video in dieser Reihe, in dem ich euch erklärt habe, was Pointer sind, nämlich Variablen, die Adressen oder genauer gesagt Startadressen von wiederum anderen Variablen speichern. Und dort habe ich euch auch erklärt, dass Pointer implizit den Datentyp der Variablen beinhalten, auf die die gespeicherte Adresse verweist. Das ist noch einmal hier an dem Beispiel verdeutlicht. Zunächst lege ich hier eine Integer-Variable mit dem Bezeichner ivar an und initialisiere diese mit einem Wert. Und dann deklariere ich noch einen Pointer auf eine Integer-Variable und weise der die Adresse von ivar zu. Diese Adresse gebe ich dann in einem ersten printf aus. Wichtig ist jetzt, dass ihr versteht, dass dies die Startadresse der Integer-Variablen ist. Und ein Integer ist 4 Byte groß. Hier seht ihr wieder den Speicher, in dem Variablen abgelegt sind, schematisch als Tabelle dargestellt, mit Adresse und gespeichertem Wert. Und jeder Speicherplatz, also jede Zeile in dieser Tabelle, ist genau ein Byte groß. Um also einen Integer zu speichern, benötigt man vier zusammenhängende Speicherplätze, wie das jetzt hier dargestellt ist. Und der Pointer auf diese Integer-Variable ist also die Adresse des ersten Bytes. In der nächsten Programmzeile gebe ich über die Dereferenzierung des Pointers den Wert von ivar aus. Damit also bei dieser Dereferenzierung der Wert der Variablen korrekt interpretiert und ausgegeben werden kann, reicht es also nicht, dass der Pointer die Startadresse der Integer-Variablen kennt, sondern es muss auch klar sein, wie viel Speicherplatz in Byte diese Variable einnimmt, auf die dieser Pointer zeigt. Also bildlich gesprochen, wie viele Zeilen hier zu der Variablen gehören. Und diese Information, in diesem Fall eines Pointers auf eine Integer-Variable eben 4, steckt in der Pointer-Variablen, nämlich dadurch, dass ich explizit einen Pointer auf eine Integer-Variable angelegt habe. Das wird hier im dritten Printf nochmal dargestellt. Hier wird die Größe der über den Pointer dereferenzierten Variable ausgegeben und das ist eben 4 Byte. Um deutlich zu machen, dass diese Größeninformation des Speicherplatzes in der Pointer-Variablen steckt, habe ich das gleiche Beispiel hier noch einmal mit einer Character-Variablen aufgebaut. Ein Char ist genau 1 Byte groß. Bei der Dereferenzierung des Char-Pointers hier muss also für die korrekte Interpretation des Variablenwertes nur auf eine Speicherstelle zugegriffen werden. Pointer-Variablen, die ihr also in dieser Form anlegt, sind sogenannte typisierte Pointer, in denen also die Information steckt, wie groß in Byte die Variable ist, auf die sie zeigen. Neben diesen typisierten Pointern gibt es noch einen besonderen Pointer, nämlich ein Void-Pointer und das ist ein typenloser Pointer. Ein Void-Pointer wird prinzipiell genauso deklariert wie auch ein typisierter Pointer, nur das eben als Typ Void angegeben wird, was also kein Typ meint. Ein Void-Pointer wird immer als vielseitiger Pointer beschrieben, weil ihr eben einem solchen Pointer jeden anderen typisierten Zeiger zuweisen könnt. So wie in diesem Beispiel, wo ich dem Void-Pointer VPTR die Adresse zuweise, die in IPTR gespeichert ist. Und andersherum könnt ihr die in einem Void-Pointer gespeicherte Adresse einem typisierten Zeiger zuweisen. So wie hier, wo ich einen zweiten Integer-Pointer anlege und diesem jetzt den Wert von VPTR zuweise. Diese letzte Zuweisung hier wird auch als Umwandlung eines Void-Pointers in einen gültigen Zeigertypen bezeichnet. Dass diese Umwandlung möglich ist, ist wirklich wichtig, denn ein Void-Pointer hat eine Schwäche, wenn man so will. Der kann nämlich nicht dereferenziert werden. Das seht ihr, wenn ich hier oben in dem Printf, IPTR durch VPTR austausche. Dann wird mir hier nämlich ein Fehler angezeigt und die Fehlermeldung lautet, ein unvollständiger Typ ist nicht zulässig. Wenn ihr an meine Erläuterung vom Anfang dieses Videos zurückdenkt, ist auch klar, dass ein Void-Pointer nicht dereferenziert werden kann, weil in diesem typenlosen Zeiger keine Information steckt, wie viel Byte im Speicher zu der Variable gehören, deren Startadresse in diesem Void-Pointer gespeichert ist. So, erst die Umwandlung in einen typisierten Zeiger erzeugt dann also wieder die Information, wie viel Byte zu der Variablen mit der entsprechenden Startadresse gehören. Und nach dieser Umwandlung kann dann der typisierte Zeiger wieder dereferenziert werden. Okay, bis hierhin solltet ihr im Wesentlichen drei Sachen verstanden haben. Erstens, typisierte Zeiger enthalten eine Größeninformation über den Datentyp der Variablen, auf die sie zeigen. Und diese Größeninformation ist nötig, um eine Dereferenzierung vornehmen zu können. Void-Zeiger sind typenlose Zeiger, denen die Adresse, die in einem typisierten Zeiger gespeichert ist, zugewiesen werden kann. Und drittens, Void-Zeiger können nicht dereferenziert werden, weil er eben keine Größeninformationen enthält über die Variable, auf die er zeigt. Aber man kann einen Void-Pointer wieder einem typisierten Zeiger zuweisen, der dann wieder dereferenziert werden kann. Okay, das sind also wichtige Eigenschaften von Void-Pointern, aber die Frage ist ja jetzt, wofür ihr Void-Pointer anwenden könnt. Ein Anwendungsbeispiel ist die Funktion mAlloc, die ich schon in einem Video zur dynamischen Speicherreservierung vorgestellt habe. Hier seht ihr einen Ausschnitt aus der Dokumentation dieser Funktion. Dieser Funktion übergibt ihr also einfach einen Wert, welcher der Größe des benötigten Speichers in Byte entspricht und der Rückgabewert ist ein Void-Pointer auf den Start des Speicherbereichs, den mAlloc für euch reserviert hat. Das ist hier mal an einem Beispiel einer Float-Variable dargestellt. Mit mAlloc werden hier im Speicher 4 Byte reserviert. Ihr seht hier aber schon, dass mAlloc überhaupt keine Informationen darüber bekommt, wofür diese 4 Byte wirklich genutzt werden sollen. mAlloc gibt also einen Void-Pointer zurück und gibt uns als Programmierer damit die volle Freiheit, diesen Speicherbereich zu nutzen. Indem ich also diesen von mAlloc zurückgegebenen Void-Pointer einem Float-Pointer zuweise, mache ich eine Umwandlung und gebe damit den Kontext an, in dem dieser Speicherbereich, also diese 4 Byte, genutzt werden sollen. Ich hätte diese 4 Byte aber auch nutzen können, um statt einem Float eine Integer-Variable anzulegen, weil ein Int eben auch 4 Byte Speicher benötigt. Dazu weise ich den Void-Pointer dann eben einem Integer-Pointer zu. Oder eine dritte Möglichkeit wäre auch, die 4 Byte als ein Array der Länge 4 vom Typ Char zu verwenden, denn ein Char hat die Größe von einem Byte. Und dazu wandle ich den Void-Pointer in einen Char-Pointer um und dann kann ich über die gewohnte Array-Notation mit diesen eckigen Klammern auf die einzelnen Speicherbereiche zugreifen und dort einzelne Chars ablegen. So, mit diesem Beispiel will ich euch zeigen, dass Void-Pointer eine Möglichkeit bieten, Typüberprüfungen zu umgehen. C ist ja eine typisierte Programmiersprache mit der Konsequenz, dass bei Zuweisungen mit dem Gleichheitszeichen die Datentypen der Variablen auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens kompatibel sein müssen. Und das besondere beim Void-Pointer ist, dass er eben kompatibel zu jedem anderen typisierten Pointer ist. Und den Nutzen seht ihr an MLog. Man braucht hier also nur eine einzige Funktion zur Reservierung von Speicher, unabhängig davon, wofür er genutzt werden soll. Oder andersherum, wenn es diesen Void-Pointer in C nicht gäbe, bräuchte man für jeden Datentyp eine eigene Funktion zur Reservierung von Speicher. Okay, was ihr also aus diesem Beispiel mitnehmen sollt, ist, dass Void-Pointer total nützlich sind, weil ihr damit Typüberprüfungen umgehen könnt. Und das gilt nicht nur für den Datentyp beim Rückgabewert, wie bei MLog, sondern auch bei Übergabeparametern an Funktionen. Und das heißt wiederum, dass ihr jetzt Funktionen schreiben könnt, an die ihr unterschiedliche Datentypen übergeben könnt. Und wie ihr das umsetzt, zeige ich euch an einem einfachen Beispiel, nämlich einer Funktion, die die Werte von zwei Variablen vertauscht. Abgesehen von der Implementierung dieses Tauschs als Makro, müsstet ihr, wenn ihr das als Funktion eben implementieren würdet, für jeden Datentyp eine eigene Funktion schreiben, wie das jetzt hier dargestellt ist. Diese unterschiedlichen Funktionen möchte ich jetzt ersetzen durch eine Funktion unter Verwendung von Void-Pointern. Dabei muss ich jetzt allerdings berücksichtigen, dass ein Void-Pointer ja keine Information über die Größe der Variablen hat, auf die er zeigt. Also braucht diese allgemeine Funktion Swap jetzt noch die Größe der Variablen, die hier getauscht werden sollen, also einen zusätzlichen Übergabeparameter vom Typ SizeT, der die Anzahl an Byte der zu tauschenden Variablen beschreibt. Da der Datentyp der Variablen, die hier getauscht werden sollen, in der Funktion Swap unbekannt ist, kann ich nicht einfach wie zuvor A und B dereferenzieren. Es gibt also keine praktikable Möglichkeit, die beiden Speicherbereiche sozusagen am Stück auszutauschen. Die Speicherinhalte müssen jetzt also byteweise ausgetauscht werden. Und anschaulich in diesem Modell des Speichers bedeutet das, dass die Speicherbereiche zeilenweise vertauscht werden. Und das muss eben len mal passieren. So, dazu wandle ich die Void-Pointer A und B zunächst mal in Char-Pointer um, weil ein Char eben genau ein Byte groß ist. So, diese Umwandlung in Char-Pointer hat also nichts mit Buchstaben oder Zeichen zu tun, sondern es geht wirklich nur darum, den Speicherzugriff Byte für Byte vorzunehmen. Und dazu eignet sich eben der Datentyp Char, weil dieser genau ein Byte groß ist. Für den Tausch der einzelnen Bytes brauche ich dann gleich noch eine Buffer-Variable und dies auch wieder ein Char. Da das Tauschen der Bytes genau len mal gemacht werden muss, realisiere ich das in einer Vorschleife, die eben genauso oft durchlaufen wird. In der Schleife wird, wie das auch bei den Funktionen SwapInt und SwapChar war, ein Wert in der Variablen BFR zwischengespeichert. Und dieser wird dann mit einem zweiten Wert überschrieben und dieser bekommt dann wiederum den Wert von Buffer zugewiesen. Nach jedem Durchlauf müssen dann noch die Pointer auf die zu tauschenden Speicherbereiche um ein Byte erhöht werden, sodass im nächsten Schleifendurchlauf das nächste Byte eben getauscht wird. So, und damit ist die Funktion auch schon fertig. In der Main-Funktion nutze ich dann jetzt diese neue Funktion für den Tausch der Variablen und zwar unabhängig vom Datentyp. Beim Funktionsaufruf muss ich also wie zuvor die Adressen der zu tauschenden Variablen angeben und zusätzlich noch die Länge, hier also einmal sizeOfInt und einmal sizeOfChar. Und in der Ausgabe seht ihr dann, dass die Variablen auch korrekt getauscht werden. Mit dieser Funktion kann ich aber nicht nur einzelne Variablen tauschen, sondern auch Strukturvariablen oder auch ganze Arrays, wie ihr das jetzt hier am Beispiel von diesen Integer-Arrays der Länge 5 seht. So, in diesem Video habe ich euch gezeigt, dass Void-Pointer total nützlich sind, um sozusagen generische Funktionen zu schreiben. Das sind also Funktionen, die entweder unterschiedliche Datentypen als Rückgabewert liefern, wie bei MRLOG, oder die mit unterschiedlichen Datentypen als Übergabeparameter aufgerufen werden können, wie bei der Funktion Swap. Damit haben wir unterschiedliche Funktionen mit Edukabewert. Vielen Dank. Vielen Dank.